Video möchte ich mal zeigen, wie ich das mal zuschneiden will. Also ich will in dem Fall in dem Video jetzt hier nur dieses rechteckige innen drin haben. Dann muss ich hier erstmal rechteckige Auswahl haben. Dann muss ich das gewisse Stück hier auswählen, was ich hier auswählen will. Ich habe jetzt hier mit festen Seitenverhältnissen. Kann man aber auch normal einstellen, weil dann nur auf normal einstellen kann man es frei verschieben. So, wenn ich dieses Ding markieren, dann geht man anschließend auf Bild und auf Markierung zuschneiden. Das sieht dann so aus. Da wird jetzt hier Helene Fischer, du bist nicht, du bist nicht verbunden, du bist nicht verbunden, du bist nicht verbunden, du bist nicht verbunden. Aufgrund der Erfahrung, du bist im dritten Über-Urheberrechtsverletzungen gekündigt. Und das merkte ich auch, weil ich immer ein Video haben will, dass wenn die ja schon online stellen, dann würde ich Urheberrecht eigentlich nicht mehr gelten lassen. Dass es dann nicht mehr gilt, sobald man der Urheber das auf YouTube stellt. Weil dann ist das ja frei zugänglich. Wenn diese Helene Fischer das selber hochgeladen hat, dann sollte es dann keine Urheberrechtsverletzungen mehr geben. Und deswegen werde ich dann so ein Video rüber machen. Aber das wollte ich einfach nur zeigen. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Dann zeigt es mir jetzt, liken, teilen.